An ihrem Namen kommen Schlagerliebhaber so schnell nicht vorbei – Sängerin Beatrice Egli. Sie wurde 2013 Siegerin der 10. Staffel der Castingshow DSDS. Damit fiel der Startschuss einer großen Karriere im Musiker-Business und Beatrice Egli kann seither mit mehreren Hits große Erfolge verzeichnen. Auch ihre große Fangemeinde auf Instagram spricht Bände. Dort folgen der Blondine bereits 475.000 Fans, Stand 12. Dezember 2022. Doch ist all diesen Fans auch der zweite Name von Beatrice Egli bekannt? So lautet der volle Name der gebürtigen Schweizerin Beatrice Margarete Egli. Während ihre Showkolleginnen wie Vanessa May und Andrea Berg mit Künstlernamen auftreten, benutzt Beatrice ihren richtigen Namen. Dieser fungierte dieses Jahr auch als Name ihrer ersten Show die Beatrice Egli Show. Wer weiß, vielleicht wird auch irgendwann Beatrice zweiter Name Margarete eine Funktion im Showbusiness finden. Beatrice Egli Show. 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 Vielen Dank.